Hallihallo liebe Freunde, Willkommen zu einem weiteren Daily Ranking. Heute mal etwas anderes, heute spiele ich mit zwei Leuten im Teamspeak Rainbow Six Siege. Und das ist eher spontan entstanden, weil ich ihnen einen Streamer zugeschaut habe, der eigentlich Counter-Strike spielt. Und der hat gesagt, ja jetzt spiele ich mal eine Runde Siege und da habe ich mich angeschlossen. Und da dachte ich mir, dann kann ich das ja auch aufnehmen. Dummerweise haben wir drei Runden gespielt, einen davon haushoch verloren, eine gewonnen, ganz gut gespielt. Da habe ich allerdings vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Und die dritte seht ihr jetzt gerade. Das hat mich dann ein bisschen geärgert im Nachhinein. Die zweite Runde hätte ich euch viel lieber gezeigt, aber da habe ich sie einfach selber verschlafen. Und wollte dann nicht im Nachhinein irgendwie noch was dazu dichten oder nur jedes halbe Match zeigen. Und deswegen gibt es das hier. Nicht ganz so gut gelaufen insgesamt. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß. Aber Diamant sein. Ja, das ist halt, du spielst halt, auf der Konsole spielst du die Maps halt sehr sehr selten. Du spielst teilweise Abende, wo du eine Map gar nicht spielst, obwohl du 20 Matches gemacht hast gefühlt. Du kannst sie halt nicht aussuchen, ne? Oh Gott! Oh Scheiße! Da ist ja eine lange Wand. Ich brauche mal was heute so, den ganzen. Was macht er hier? Oh! Fuck! Ich brauche mir selbst eine Granate. Ich brauche mir das heute nur nicht in die ganzen... Ich bin noch nicht sicher, wo ich meinen Castle hier noch hinpacke. Ich gehe jetzt mal auf sichere Entfernung. Die können hier komplett durchholzen, ne? Ich guck mal in die Kameras. Vielleicht sehe ich hier irgendwas. Zwei sind down, westlicher Garten, östlicher Garten. Also von Westen und Osten kommen sie wahrscheinlich. Danke. Wo wurde ich denn da erschossen? Ach, neben mir hat er immer die Tür aufgesprengt. Das hat mir keiner mitgekriegt. Geil. Ist er die noch da? Mann, im Raum schon. Im Raum, im Raum. Einer noch low, hab die. Die bringt die Gasel weg. Naja, wahrscheinlich. Logisch. Also uns Leute überlegen sicher nicht. Wie sind die denn da reingekommen? Die haben neben mir in die Tür gesprengt. Hab ich auch angesagt. Und ich war eigentlich im Raum. Also zumindest, da war kein Barrikader mehr. Leckst du so extrem, Sammy? Im Stream, das ist ja krass. Das ist ziemlich CPU-heavy, das Spiel. Merke ich. Aber... Starten wir irgendwann zusammen? Okay. Ja, guck mal jetzt, ich hab's noch mal runtergestellt. Wenn's immer noch so lag, dann hoch ist. Ey, glaub ich letzte Runde, da muss ich eh wahrscheinlich gehen. Und mal ne Playstation verkaufen. Ja, ich hab ja die Pro und jetzt muss ich mal ne normale PS4 verkaufen. Oben. Oben sind sie. Ach fuck. Ach, die haben Tachanka und den... Oh, den Fallentypi. Oh, die Fallentypi da. Ja. Ähm. Frost. Ja, genau. Sind die denn, Mann? Oh, noch weiter oben. Glaub ich, oder? In einem anderem Haus oben. Gibt's vielleicht zwei Häuser, kann auch sein. Vom Erdgeschoss ein ins Körper nach oben. Wenn du Ahnung hast, komm ich mit. Okay, einer legt's einfach mal hin. Ach so, Herke fährt noch ein bisschen rum, okay. Ja, ich fahr mal ein bisschen rum. Weil ich nicht genau weiß, wo die sind. Ah, hier sind die. Unser Schild geht schon rein. Ich glaub du hast da Tachanka gefunden, so wie das klingt. Äh, das ist meine Waffe. Ach so, ich hab so ein gutes Mg in der Hand. Ach so. Ach so. Da liegt immer noch, Sammy? Oh, dein Deck, what the fuck. Rebub, komm. Jetzt wär ne Ashe gut, ne? Durch die Decke. Bist du... So, du wirst nach oben. Wir kommen denn hier hoch, Mann? Ich fühl mich doch hier nicht aus. Von dem Kampass. Naja, du bist my mate. Ich bin grad gerannt, ja. Oh, krass. Ist die verwinkelt, die Map. Alter, leck mich am Arsch. Äh, warum leckt das denn immer noch, Mann? Das nervt mich halt tierisch. Beim... ...weil... ...weil's leckt's halt nicht. In-Game halt auch so... ...deh ich nicht. Komisch, 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 komisch. Ah, bei mir. Hätt grad meine Clamer weggemacht. Kein Fall um, ne? Ich voll reingerannt. Nein! Kann nicht sein, Alter. Nö. Ah. Boah, wie lange ich über diese Map gegeiert bin, ne? Noll, wir nicht mehr andersweise drauf, boah. Was macht denn der Humpa so, oder... ...Langeweile? Ah, das Spiel an sie ist eigentlich ganz geil. Ach, das ist O.G., ne? Wollen wir jetzt O.G., okay. Ah. Ähm. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Haben wir'n Rook? Wir haben'n Rook. Komm, Rook. Hau raus. Hatte, tatte Wände, Alter! Alles aus Papier hier, ey. Ja, wir abfahren, ne? Wollen wir'n Rook. Wollen? Hier geht's nicht. Okay. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Nur Eisengel. Wollen? 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 Wollen wir'n? Wollen wir'n? Wollen wir'n? Kack. Die Zwitschtrohne, oder wat? Ja, Mann. Ja. Verdiere den Tor! Ich hab' noch eine Wandverstärkung, wenn wir die brauchen. Wollen wir'n? Der ist hier hin. Dieser? Wollen wir'n? Wollen wir'n? Wollen wir'n? Wollen wir'n? Wir haben die ganze Zeit. zimmer sich unter mir an hier ist offen alter wie sie mich treffen man klar wurde da wo ich markiert hatte offen ist der holzbalken hilft hat gegen schlüsse geil treppe stelle ich kann aber nicht rangehen gerade was hast du gesagt ich weiß ist ich habe alles gedrückt das hat auf jeden fall alles gemacht nur nicht das was ich wollte wieder drauf snappt geil ich habe gesagt ash wär geil nehmen wir doch mal ne ash mit auch was geht denn da ab Ahi! Wir müssen die Hostage retten. Hostage befunden. gleiche stelle wie wir gerade naja ob sie sich entdecken jetzt auf jeden fall mit der markierung man kann sich nur nach unten abseilen und nicht nach oben schnell laufen da fällt ja noch mit der drohne rüber von uns jetzt haben wir natürlich keinen termite solche das fenster aufmachen hast du eine sprengladung ich habe ja auch in die sprengladung nicht allerdings sie können sowieso nicht sehen jobs kommen 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 ernsthaft ich darf nicht recht ist einer kannst du kommst du dich gewandt mit einem stromgewehr bedingt ist eine g36 nicht so wie du hab ihn ich hatte nur gerade auf dem elm weißt du hinter dem schutzschild leckt mich am arsch da steht ein schutzschild drin liegt dahinter auf dem boden und tachanka steht direkt hinter der verstärkten band die du sehen kannst durchs fenster du hättest mir vielleicht sagen links oder rechts hinter dem schutzschild weil ich habe sie gar nicht getroffen sie hat mich getötet ah nee sie war nicht mehr hinter dem schutzschild hat er mich erschrocken alter das war zu spät für ein refrag ich habe keine ahnung von hinten ist aber weird weil ein team steht genau hinter dir ja aber da war noch einer der hockt da irgendwo ja ja wir sind beide schon tot wir sind beide an flos gestorben dummerweise wir unsere mates sind auch nicht gerade gut schieß ihn ab bittetus ich hätte sogar noch überlegt ja das witz ist wenn der irgendein gegner schon längst gesehen hätte dann hätte er einfach drauf geholt auch die papierwand da mit einem revolver what the fuck ein schuss revolver war das oder 2 absolute niederlage läuft müssen wir noch ein bisschen reinkommen ja ich muss aber jetzt eh raus ich muss noch was ne ich brauche gar kein bock und so leid